Seid ihr selbst Helden? Seht ihr euch als ganz Große? Oder seid ihr eher so Flachkörper-Style? Oder seid ihr sogar viereckig? Für alle drei Gruppen gibt's jetzt das perfekte Spiel, und zwar Flat Heroes, ein episches Adventure mit Quadraten. Ich selbst werde es jetzt zum ersten Mal blind anspielen, und ihr seid hoffentlich mit dabei jetzt hier bei Let's Play. Auch das, ich drück gleich X, ein Titel, den ich für Last Call irgendwann mal rausgesucht hatte, der nie gewählt wurde. Wobei, ich glaub, ich hab ihn auch nie zur Wahl gestellt. Vielleicht hat das irgendwie was miteinander zu tun. Ähm, und den ich jetzt einfach an dieser Stelle ... Gibt's sogar einen Versus-Modus? Okay. Ich hab, wie gesagt, keine Ahnung, ich starte mal die Kampagne, ich weiß nichts ... ... und bin gespannt, was nun hier passiert. Ach, du, in der Scheiß, das ist ein Multiplayer-Spiel. Das ist ja scheiß ... Ha, ein fucking Multiplayer-Spiel. Mir wurde gesagt, das ist ein Adventure. Na gut, wir gucken mal. Ich bleibe einfach mal hier, ich hab keine Ahnung. Ich glaub, man kann das auch alleine spielen. Das ist aber gut, das kann man sich für den Dienstag vielleicht mal überlegen. Und ehrlich zu sein, dachte ich wirklich, weil so wurde es auch beschrieben, dass es wirklich ein Adventure ist. Wir erinnern uns an das erste Adventure-Spiel namens Adventure. Und jetzt ... Ja, shit, das war's schon mal nicht. Wir erinnern uns an Adventure, und das war ja ... Ah, Moment, ja, boll. Und das war auch ein Quadrat. In diesem Fall der erste Adventure-Charakter ever. Und ich dachte, dass es sich darauf bezieht. Aber ich seh schon, das ist einfach ein kleines, spaßiges Minigame. Was ich dann jetzt aber auch gerne einfach mal eine Runde lang ... Ich spielen werde, shit, ich müsste nur besser sein dabei. Okay. Zisch! Haken! Ich find die Musik ganz geil. Okay. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui! Okay. Ja, man muss immer erst einmal sterben, glaub ich. Ui, ui, ui! So. Keiner kann mir was. In meinem Haus. Diesen Haken hab ich mir gut verdient. Ich nehm mal an, ich muss ... Nein! Ah, das muss ich schon mal nicht. Ah, natürlich, der gute alte Wall-Jump. Mh! Nein, nein, haa! Haha, nein! Das müssen wir eindeutig mal in einem Beanstuck spielen. Das könnte richtig lustig werden, zu viert. Okay, ich fang da links an, dann muss ich wahrscheinlich hier so hin. Und dann, ups! Ja, Mann, ey! So versuch ich täglich, Coronaviren auszuweichen. Das ist eine Simplifizierung von mir, wie ich versuche, mir morgens meinen Kaffee beim jungen Bäcker zu holen, ohne etwas anzufassen. Das ist wirklich ziemlich genau so. Schön, der Ellenbogen macht die Arbeit. Die ganze Kraft in der Corona-Krise kommt aus dem Ellenbogen. Und jetzt? Ha! Das ist ja geil. Sagen wir mal, seid ihr Homings? Habt ihr gesehen? Das war richtig scheiße grade. Ich hätte das eigentlich schaffen müssen. Oh! Ja. Ich wollte da doch rüberspringen. Ja! Supergut! Man muss auch mal feiern. Man muss sich auch mal feiern können. Ah, logisch. Jetzt kommt bestimmt ein Trick, hä? Nee, doch nicht. Wer erwartet, dass jetzt noch irgendwas Gemeines kommt? Ja, genau. Sowas. Ah! Wie? Richtig gemein wär's ja, wenn man jetzt mit diesen Wänden noch irgendwas machen würde, dass ich die Wände in meiner Farbe ... Ähm, dass ich nur mich an Wänden in meiner Farbe festhalten kann oder so. Hier bin ich! Hier bin ich! Hier bin ich! Hier bin ich! Uh! Du, 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 du! Ha, ha, ha! Das Quadrat siegt. Ah, okay. Aber es war schon an sich jetzt gar nicht so falsch. Da guckt die Regie. So schnell kann man das gar nicht sehen, wie ich das mache. Ah, 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 ah! Nein! Okay! Okay! Zisch! Und schnell rüber! Und nein! Das kann man ja gar nicht beim ersten Mal. Da muss man ja ein Genie sein! Na, lass mich raten. Es geht noch mal weiter, ne? Okay. Ich dachte, ich schaff's vielleicht noch rechtzeitig oder so. Oh! Oh! Nein! 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 Ich hab gedacht, ich schaff's noch in die Mitte! Was ist das? Okay. Okay! Oh! 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 So, okay. Da bin ich jetzt nochmal gespannt. Ah, klar. Ha! Was soll das sein? Ein Level für Idioten? So sieht's aus, wenn Ede auf Twitter versucht, Shitstorms auszuweichen. Er ist ein Profi darin. Ey! Nein, 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 das ist voll unfair. Haben wir gesagt, machen wir nicht mehr. Ja, Mann! Bossfight. Das ist ja interessant, sogar Bosskämpfe. Ah, muss ich ihn gegen die grüne Wand, oder was? Nee. Jetzt kann ich auch passen. Ah, okay, das war dumm. Okay, man muss, glaube ich, nur ausweichen, ne? Das ist, ich muss ihn gar nicht bekämpfen. Immer was dazwischen haben. Ah! Ah! Shit! Ah! 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 Scheiße, ist er wischt doch, ist er wischt jeden. Ich habe so viel Klopapier gebunkert. Du kannst mir nichts anhaben. Ah! 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 Perfekt! Ah! Da ist halt so, ne? Wenn's nicht anders geht, müssen wir halt ein bisschen sheisen! Du dreckiger Ball! Gut, 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 gut! Wir machen das jetzt schön, schön cheesy, cheesy McCheese, ey, Alter, ich verliere die Ausdauer. Dieses verkackte Timing mit dem Slow-Mo! Man ist da so schön drin in seinem Rhythmus, da kommt so ein Kack! Das jetzt! Und jetzt! Oh, war das easy! Aber ein sehr leichter Sieg! Zum Glück bin ich so, hab ich Augen wie ein Adler und bin so schnell wie eine Gazelle! Weiter geht's, weiter geht's! Ich lass da mich nicht lange bitten! Nein, nein, nein! Was? Das kannst du nicht ausdenken! Ja, 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 ja! Ich freu mich sehr, es ist nämlich wirklich ein sehr unterhaltsames Spiel! Ich hab wirklich erwartet, ich lauf jetzt irgendwie durch irgendwelche Dungeons, wo Dreiecke angreifen oder so, aber nein! Das ist etwas völlig anderes, aber Überraschungen sind ja das, was man braucht im Leben, sonst ist das Leben nicht erstrebenswert! Ich mach das noch mal, das war nämlich ganz okay, ich muss noch rechtzeitig wieder aufhören. Ach, okay, nee, ich seh schon, das ist immer random, immer da, wo ich grad bin! Nein, 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 nein! Ah, nein, 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 nein! Tja! Mh, 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 ja da! Dicke, 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 dicke! Quadrat! Das war ein Dreieck! Quadrat! Power off! Vier Ecken! Vier Ecken! Kann mich gut verstecken! Kannst die Score-Tafel ablecken! Ihr Zecken! Beugt doch nur, dass ich verliere! Das habt ihr jetzt! Na, freut euch drauf! Scheißendreck! Okay, Konzentration! Oho! Ich hab's kommen sehen! Man hat's halt so kommen sehen! Das ist ein supergeiles Spiel, muss ich sagen! Das ist richtig, richtig gut! Ah, ein Ticken zu weit nach vorne! Die Musik ist zu leicht! Da muss ich mir abgehen! Ja! Er droppt den Bass! Ja, Mann! Der DJ! Das muss der Schreckart sein! Der weiß, was ich brauche! Yeah! Yeah! Okay! Geil! Regie hat auch schon Bock! Da werden sich schon die ersten Kaffeepillen eingeworfen! Okay! Oho! Moment! Was war denn? Ach, okay! Dieses kleine Ding! Okay! Ich versteh! Ja, shit! Dann muss ich ja hüpfen! Da hätt ich den zweiten Hüpfer nehmen sollen! Kann ich mich eigentlich an die Decke? Na, werden wir gleich rauskriegen! Okay, man kann sich nicht an die Decke hängen! Nee! Das ist ja krass! Okay! Was willst du? Au! Das ist ja hier wie... Ja, wie... A Pang! Oder Super Pang Bros! Oder... Es gab so viele davon! Und ich glaub, Super Buster Bros! gab's auch! Sieh's aus! Ah! Ich kenn das auf jeden Fall noch aus der Spielhalle! Na, würd ich sagen, spielen wir's mal durch, ne? spirits! Ah, das wollt ihr so durch... mich durchschlängeln! Wie so ein Aal, wie so ein glitschiger Aal. Okay, hier gibt's schon mal wenig sichere Ecken. Ah, Mann, ey! Ha, okay. Nein! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Regie, haben wir das drauf? Können wir das in Super-Slow-Mo abdödeln? Ja, und ihr jetzt, ihr seid die Nachzügler, oder was? Ja, leider keine Musik. Okay. Okay. Party, Party, Party. Überleben. 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 Ah, ne Tüsch! Nein, 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 mach's richtig! Nein, 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 mach's richtig! Wenn ihr mich irgendwo seht in der Disse, haltet Abstand. Ah, da hab ich schon ganz andere ausgenockt. Aus Versehen natürlich. Shit! Auf deine... Das war's! Das ist ja fast lächerlich. Okay, 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 okay! Ich seh, aber ich bin leider so gut, Alter. Ah, kommt doch alle her. Jetzt will keiner, jetzt will's wieder keiner gewesen sein. Ich bin wie so eine widerspenstige Eizelle, die sich einfach nicht befruchten lassen will. Nein, mit euch nicht. Ich warte auf, äh, Keanu Reeves. Hey, 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 Heckenschere! Okay, weiter. Äh ... Nein! Nein! Ha! Ha! Natürlich geht's noch weiter, ne? Ach, diese roten Dinger schon wieder vergessen. Da hat mich die Ecke leider verraten. Warum? Warum hab ich das noch mal gemacht? Okay, da müssen wir jetzt grad noch mal überlegen. Also, ich bleib hier und da muss ich ihn wahrscheinlich ganz schnell hoch. Sonst hätten die das ja nicht so kompliziert gemacht. Aber da oben erwischt das mich doch auch. Muss ich dann runterspringen? Ach, da oben ist die Ecke. Ja, okay, jetzt seh ich sie. Oh, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Haken. Haken, 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 Haken. An die Plastinaken. Brauchst du nicht lang schnacken. Oder mich noch fragen. Haken, Baby, dran. Haken? Keinen Problem. Nein! Scheiße! Okay. Äh, das sind die, die mich sofort töten. Ich darf nur nicht nach unten, okay. Okay, okay, das ist ja heftig, ey. Ihr wollt's wirklich wissen, ne? Hahahaha! Boah, das war knapp. Das war knapp. Man darf nicht zu früh, ne? Man muss diese Bällchen erst mal irgendwie genau ... Na? War jetzt auch nicht falsch, aber hat auch nicht funktioniert. Vielleicht kann ich hier alle hier so hinlocken und dann ... Nochmal gucken. Wir machen das noch mal. normalmente keine Spiele, wenn's nicht kommt. Ahhhh. Aaaaaahhh? Uuuuuhh. Komm, gib mir deinen besten Klotz. Oh, Snake, okay. Scheiße, auch noch die Version, wo man nicht in den Schwanz rein darf. Oh-oh, oh-oh, Schwanzproblem, Schwanz! Ich hab natürlich was versucht, das hat nicht geklappt. Ah, das hat auch wieder nicht geklappt. Ich muss ein bisschen intelligent ... äh, intelligent hier mich bewegen, sodass der Schwanz möglichst viel Zeit und Freiraum genießt. Ach, der wird immer schneller, okay. Jetzt vielleicht ... Ja, so, ne? Sowas in der Art, genau. Ah! Und jetzt bewegen sich die Dinger auch noch? Pfff! Ach ja, natürlich, darum geht's. Ich muss ihn in sein eigenes Ding reinlocken. Das sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. Oh, ja, das war aber auch ein bisschen Glück jetzt. Nein! Weil er hängen geblieben ist an dem Ding. Das ist jetzt sein Problem, weil er immer so schnell ist, ne? Ach. Naja, Problem würd ich jetzt auch nicht sagen. Ah, jetzt kommt's. Ah! Ah! Ich glaub, ich kann sogar auf der Linie von ihm laufen, ne? Ja, so hab ich das grade gesehen. Das wäre ja auch wieder, das wird's ja auch ein bisschen vereinfachen. Weil dann kann ich ihn ja viel leichter auf seine eigenen Sachen irgendwie schubsen. Ja, okay, das sollte eigentlich jetzt machbar sein, ne? Zack! Okay. Dieses Drehspiel... Nein, nein, nein! Nein! Okay. Und? Du Arschlochstrich! Nein, nein! Jetzt... Ich werd' wahnsinnig! Ich werd' wahnsinnig! Das ist doch so einfach Snake! Gut. Das war... exakt so gedacht. Oh, komm, ey! Ey, wie schnell war das Scheißvieh da? Oh, komm, jetzt bin ich da voll rein auch noch! Oh, komm, jetzt bin ich da voll rein! Das ist auf jeden Fall die letzte Mission, die wir machen. Zeitlich kommen wir ans Ende, aber die muss schon noch fertig gemacht werden. Das können wir nicht einfach so auf uns sitzen lassen. Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt hier nicht mal den Endgegner erledigen? Ich komm nicht mehr rechtzeitig weg! Los! Ach, da wär's doch gewesen! Das kotzt mich so an, Leute! Das kotzt mich so an, Leute! Das war doch schon fast! Was ist das? Diese Situation müsste ich tatsächlich häufiger vielleicht auch provozieren. Ah, nö, komm, ernsthaft! Steck dir da fest! Steck dir da einfach fest! Ja, so nämlich. Ja, so nämlich. Ja, so nämlich. Ja, so nämlich. Mann, weil es halt auch superschnell geht. Mama, der macht immer die Sachen anders. Jetzt ist der Moment, wo ich gebrochen bin, wo ich aber nur noch hoffe, dass die Welt anders geht. Der dritte ist einfach so fucking schwer. Ja. 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 Das war's. Und jetzt geht's weiter mit irgendwas anderem hier auf Rocket Beans. Viel Spaß, bleibt gesund. Ja. 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 Ja.